Voll der Scheiß, Digga. Da könnte Lila eine Waffe drin sein. 300! 300, Leute! Ich hab den krankesten Loot aller Zeiten gezogen. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Alle meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. Ey, Crymex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey, Leute, Crymex hier. Was geht ab? Ich bin Paul Berger. Heute gibt es wieder eine weitere Episode vom Lagerhaus-Loop-Modus in Fortnite. Die letzte Episode kam geisteskrank bei euch an. Wir sind hier wieder auf einem neuen Auktionsfeld. Hier sind wieder einige Garagen, die wir öffnen werden. Und heute mit dabei, Paul. Warte ganz kurz. Ich muss meinen Kollegen anrufen. Ja, nee, nee, ich warte nicht. Dann ist hier als der Auktionär heute mit dabei. Stace. Yo, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns bei den Garagen. Ah, okay. Und leider ist auch Finn dabei. Hallo. Sehr schön. So, meine Freunde. Wir gehen jetzt hier erstmal auf das Auktionsfeld. Ihr könnt schon sehen, hier sind einige Garagen wieder, in die wir gleich reinschauen werden. Und dann müssen wir natürlich uns diese ersteigern. Aber, um erstmal die Münzen zu bekommen. Letztes Mal war das ja so eine Art Height & Sieg. Man musste die Münzen suchen auf der alten Map. Diesmal hier, das ist eine noch krassere Map. Da gehen wir hier auf diese Ski-Ball-Karte. Und jetzt hat hier jeder von uns fünf Versuche. Er darf fünfmal den Ball in dieses Feld reinschlagen. Und ihr könnt hier schon sehen, anhand diesen Nummern, wie viel man da eben bekommen kann. Ja, und, äh, also im besten Fall trifft man da oben sogar fünfmal die Tausend. Dann hätte man sogar 5000 Münzen und kann gefühlt den ganzen Platz leer kaufen, Leute. Ich werde jetzt hier einfach mal anfangen. Okay, ich muss mich konzentrieren, Leute. Ich muss mich konzentrieren. Wo will ich reintreffen? Da oben, diese Felder geben sogar 1000. Oha, ganz wild. Ganz wild. Ich glaube, ich werde ein bisschen die Taktik machen. Erst versuche ich in die 200er zu treffen, weil die sind die größten und die haben trotzdem gut Punkte. Ich glaube, das ist die Taktik, Leute. Das ist die Taktik. Und! Das ist die Taktik. Erster Schlag, 200. Let's go. Okay, stark, 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 stark. Das sind hier die Taktiks, Digga. Die Taktiks. Nein! Ah! Mann, zweiten Schlag versimmelt. Nicht mal die 50 Punkte mindestens bekommen. Oh! Und? Sehr gut. Dritter Schlag, wieder 200. Wir sind bei 400 Punkten. Das ist die Taktik. Ich glaube, ich werde bei der Taktik hier bleiben. Und... Oh, oh, nein. Der fliegt zu hoch. Der fliegt zu hoch. Ah! Ey, Mann! Puda! Okay, das gibt nur 50 Punkte. Okay, das heißt, wir sind jetzt nach dem vierten Schlag bei 450 Punkten. Das ist nicht so mega viel, Leute. Ich überlege gerade, ob ich beim letzten Schlag nochmal auf Risiko gehen soll und versuchen soll, in die 500 reinzuhauen. Risiko oder kein Risiko? Risiko oder kein Risiko? Ich weiß es nicht. So 500 wäre jetzt... Weißt du, wisst ihr was? Ich gehe auf Risiko. Ich gehe auf Risiko. Alles oder nichts, Digga. 500, ich komme. 500! Das war eine Scheißidee. Das war eine Scheißidee. Okay, okay. Ich bin mit 500 Punkten dabei, Leute. Let's go. Ihr seid dran. Oh, Finn hier auch mit 200 Punkten. Erster Schlag. Oh, schon wieder 200 Punkte. Ey, der Ekliger. Er macht diese safe Taktik. Er schlägt einfach drauf. Ey, also hätte er jetzt gerade in die 1000 reingetroffen, wäre ich ausgerastet. Er hat jetzt schon 500 und er hat noch zwei Schläge. Das ist nicht gut. Oh, das ist der Rich Rich Finn. Okay, 600 Punkte. Ey, er versucht gerade wirklich in die 1000 reinzutreffen. Eigentlich voll dumm. Da ist nicht versucht, da in die 1000 reinzutreffen, weil man würde immer mindestens 100 kriegen. Oh mein Gott. Okay. Er hat 700 Punkte. Stark, Finn. Stark. Damit hat er schon mal mehr Budget zum Einkaufen als ich. Polt, du bist dran. Ja, stark gemacht, Polt. Stark gemacht. Also Polt, Digga. Komm. Oh, er hat trotzdem noch in die 100 reingeschafft. Okay, okay. Er hat noch drei Schläge. 100 Punkte. Oh, das wird ein 200er. Ich sehe es schon. Okay, 300 Punkte. Noch ein Schlag. Und? Oh, oh, an den 200 vorbei. Aber in die 100 nochmal rein. Das heißt, du hast 400 Punkte, ne? Ja. Polt mit 400 Punkte. So, das heißt, Polt 400 Punkte, ich 500 Punkte und Finn hat sogar 700 Punkte. Dann würde ich sagen, Auktionär, wann beginnt die Auktion? So, die beginnt gleich. Deswegen folgen sie mir. Okay, let's go, meine Freunde. Jetzt beginnen wir hier mit der Lagerhaus-Ak.a. Loot-Auktion. So, okay. Bitte setzen Sie sich erstmal. Okay, okay. Wir setzen uns hier hin in den Warteraum. Ich rufen Sie gleich auf. So, zur Anmeldung bitte erstmal Herr Bomber. Okay, das bin ja wohl ich. Hallo, ich will heute beitreten bei der Auktion. Okay, das ist schön. Was stellen Sie sich vor? Welches Item hätten Sie denn gerne? Äh, ich hätte gerne eine goldene Ska. Die goldene Ska. Oh, okay. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und deswegen folgen Sie mir mal bitte. Okay. Und nehmen Sie sich ruhig einen Schluck Wasser. Okay, super. Dankeschön. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Okay. So, Disco-Lady. Kommen Sie mal her. Servus. So, was erwarten Sie denn? Joa, mir langt eine graue Pistole für die zwei. Oh. Hast du hier die Ansagen raus, oder was? Jo. So, dann wie du möchtest. Hol dir auch gerne ein Stück Wasser. Und dann. Ich hab ins Wasser reingespuckt. So, was erwartest du denn hier, Burger King Skin? Ja, so eine lila ne Pump wird schon schmecken. Lila ne Pump? Oh, ob wir das hinkriegen? Ich hoffe mal, Sie haben ein sehr, sehr hohes Budget dabei. Ich würde sagen, folgt mir, Leute. Ab ins Auto. Denn wir fahren jetzt hier zu den Garagen. Einmal einsteigen. Let's go. So, okay, okay, okay. Aua, Kopf angestoßen. Okay. So, Leute. Wir fahren hier erstmal einmal schön im Kreis. Damit ihr hier alles schön im Blick habt, Leute. Wir haben hier die Garagen, die zum Kauf anstehen. Herr Auktionär, wie viele Garagen werden heute versteigert? Mal gucken. Kommt drauf an, ob Sie mit der Sachen zufrieden sind. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich glaube, zehn Garagen müssten das hier insgesamt sein. Ungefähr zehn, ja. Ja, okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten Versteigerung an. So, kommt, folgt ihr mal, bitte. Wir hauen jetzt die Garage-Test rein. Und zwar erwartet euch hier eine. Disco-Garage. Oh. Und zwar liegt der Anfangspreis hier bei nur 50 Coins, Leute. Wer bietet mehr? Da könnte nieder ne Waffe drin sein. Äh, 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 60. 60, oh, okay. Hat noch wer was einzuwenden? Ich biete 70. 70 haut der heraus, okay. 85. 90. 90, okay, okay. Okay, äh, 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 was war das letztendlich? 95. 100. 95. 100 zum Ersten, zum Zweiten. 105. Ey, 110. 110, Leute. Was ist denn hier los? 110 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, Leute. Ja. Verkauft geht hier an per iCrimax. Okay, ich stopp die Münzen. 110. Für 110 hier gekauft, Junge. War ein teures Ding. Zack, hier. Jetzt hab ich noch 390 geschehen. Die Vorstellung war ne Golden Ska. Ich hoffe es. Mal gucken. Ja, sieht eher lila aus, oder? Ja, lila ist auch okay. So. Oh mein Gott, Digga. Digga. Na, Polt, ne? Polt, das schmeckt die Waffe, ne? Ich würd sagen, das hat sich gelohnt. Für 110 war ein guter Riecher. War einfach eine gute Investition von mir. So ein Ding war das. So, nächste Garage. Oh, komm, wir drehen hier einmal so ne kurze Runde und zwar gehen wir hier zu der Garage, Leute. Seid ihr ready? Komm, einmal aussteigen, Leute. So, Leute. Ich würd sagen, 3, 2, 1, bam. Oh. Ich würd sagen, wow. Nicht aufgerissen. Das ist ja ne... Digga, das sieht ja aus wie Finns zu Hause. Und ihr dürft natürlich nicht reintreten. Ihr dürft hier nur so gucken. Hier, so, Leute. Wer bietet für die Garage? Ich setze für die Garage. 25, Leute. 25 Cones. Wer bietet mehr? 30. 30 von beiden? 35. 35 von beiden? 50. 50. Oh, 70 zum Ersten. Zum Zweiten. 80. 80 zum Ersten. Zum Zweiten. Zum Dritten. Leute, was ist denn los hier? Verkauft an Papa Crime. Wisst ihr, warum? Wisst ihr, bevor du auflöst? Weil, guck mal, da ist so ne Militärtasche. Vielleicht sind da kassige Warten drin. Oha, er hat Dresden. Vielleicht das von so nem Söldner oder so, die Garage. Man weiß es nicht. Vielleicht da. Okay, zeig dir. Ah, warte, ich muss Ding droppen hier. 80 Cones. Boah, das ist doch ein Schnapper. Das ist doch nix hier. 80 Cones hier. Boah, dankeschön. So ein Schnapper. Sind Sie bereit? Ja. Ich würde sagen, die Garage gehört dir. Ah, oh Gott, scheiße. Okay, das war wirklich, das war, ach du Kacke. Okay, das war, das war nix. Das war ein Fehlkauf. Aber, wisst ihr, was ich nehm die rostige Dose mit? Die werft später einen von euch an den Kopf. Ach, scheiße. So, einmal bitte einsteigen. Das war, das war Geld gewastet. Drei, zwei, eins. Und hier haben wir, uh, von einem Piraten, Leute. Das ist von einem Piraten. Sehr wild, ja, ja. Sehr wild. Okay, könnte was krasses sein. Wer bietet? 70, Leute. 100. 70. 100, okay. 100 zum ersten. 110. 200. Oh Gott. 200 zum ersten. 210. 210. Da bin ich raus. 210 zum ersten. 215. Mein Gott, Leute. Wollt ihr das wirklich riskieren? 225 zum ersten Blumenbogen drin. Zum zweiten. 250. Oh mein Gott. 250. Ja, ich bin raus. Er ist raus. 250. Okay. 1K-Preis. 1K-Preis. Er droppt hier die 250. Bist du bereit? Die Garage gehört dir in 3, 2, 1. Gönn dir den Piraten-Loot. Ah. Geht. Voll der Scheiß, Digga. Für 250. Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Bin gespannt, was im nächsten drin ist. So, Leute, diese Garage. Ich zeig's euch einfach mal. Bam. Natur pur, Leute. Natur pur, Leute. In dieser Garage. Okay. So, wer bietet mehr? Ich würd' sagen, weil das hier so viel Grün ist, ich muss viel bieten. Naturfreund, Leute. 90 Coins. Boah. 100. 90. 100. Ich glaub' nicht, also, da bin ich raus. Ich glaub' nicht, dass das so viel wert ist. 100 was? 110. 110, Leute, zum Ersten. 120 zum Ersten. Zum Zweiten. Ja, da bin ich raus. Zum Dritten, Leute. Der Kauf geht hier. An den lieben Finn, Leute. 120. Ich glaub' nicht, wir könnt' ja die Geins. 120. Ja, ich glaub' nicht, dass in dieser Natur gerade so wilder Stuff drin ist. Aber wir sehen jetzt. So. Der Auktionär, zeigen sie mir. 1, 2, 1. Das ist hier ihr Loot. Ist okay. Ja, ist halt nur grüne Items, ne? Passt zum Thema. Aber ich guck mal, ob ich vielleicht da hinten noch was verstecken. Passt zum Thema. Only green stuff. Es ist okay. Ist okay. So, Leute. Ich würd' sagen, wir halten direkt hier bei der nächsten Garage. Einmal bitte aussteigen. Okay. So, kurz einmal hier das Auto wegparken, damit hier der Anblick noch viel schöner ist, Leute. Ich würd' sagen, hier in der Garage gibt es Hightech. Oh mein Gott, Alter. Hightech-Paff. Hightech-Sachen. Hier wird natürlich viel gebietet. 120, Leute, ist hier das erste Angebot. Wer bietet mehr? 180. 180? 190. 190, Leute. Zum Ersten. 230. 230. 250. 250. 260 werden für diese Garage geboten. Zum Ersten. Äh, 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 270. 270, Leute. Lohnt sich das? Lohnt sich das? 300. 300. 300, Leute, zum Ersten. 310. 310. 310, mehr kann ich auch nicht bieten. Oh, okay. 310 gehen beide. Ja, nee, aber er hat zuerst gesagt. Ich bin da sehr, sehr überboten. Ich würd' sagen, 310. Bitte geben Sie mir zuerst das Geld weg. Diese Garage ist es nicht wert. So, 310, Leute. Ich hab leider kein Geld mehr gehabt. Scheiße. 3, 2, 1. Geh dir. Au. Ja, ist okay. Ist okay eigentlich, ne? Ich dachte, ich dachte, es wird aber noch wilder, die Garage. Sag ich dir ehrlich. Ich dachte, es wird noch wilder. Ja. So, einmal bitte einsteigen. So, noch zwei Garagen machen wir auf. Okay, komm. Let's go. So, Leute. Ich würd' sagen, wir parken hier bei einer offenen Garage. Die hab ich letzte Woche verkauft. Der Kunde war sehr zufrieden. Ich würd' sagen, Leute, hauen wir hier die Garage rein. Bisschen Krimskrams, Leute. Aber lasst euch nur überzeugen. Hier wird 70 geboten. Das sieht ja auch wieder schon Maximum-Chöp aus hier, ne? Ähm, 90. 90. 100 zum Ersten. 110. 110, Leute. Wer bietet mehr? 120. 120. Wer bietet noch mehr? Da bin ich raus. Ich glaub, so viel ist das Ding nicht wert. 120 zum Ersten. Zum Zweiten. 150. Zum Dritten. 150, Leute. Oha. Oha, Leute. 150 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Und der Polt hat hier gewonnen. 150 Coins. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich sag, das ist echtes Wolfs, ey, ne? Das kann was werden, so. 3, 2, 1. Let's go. Die komplette Müllgarage hat er gekauft. Aber ohne Spaß, die saugen. Jetzt müssen wir das unnormal nice. Let's go, komm. Wir fahren nochmal zum nächsten Spot. So, haben Sie einen Führerschein, oder was? Ne, ne, sorry, warte. Den muss ich gerade abgeben. So, komm. So, einmal bitte einsteigen. Die letzte Garage, Leute. Deswegen driften wir hier einmal schön um die ganze Garage. Let's go, Leute. Und ich würde sagen, wir halten direkt bei der nächsten Garage. Und zwar hier, Freunde. Einmal bitte aussteigen. Hey, er ist richtiger Bruchpilot, der Auktionär. So, Leute. Ich würde sagen, drei. Seid ihr bereit? Ja, ja, ja. Komm, zeig. Let's go. Hier ein bisschen noch mit Vorhang und so. Was ist das denn hier? Das ist hier richtig geheimnisvoll. Das ist richtig geheimnisvoll. Okay, das ist wirklich ein geheimnisvolles Ding hier, ja? So, Leute. Schwierig zu sagen. Es wird geboten. Sage und wage. 150 für diese Garage. 160. 170. 180. 190. 250. 240. 250. 250. Leute, was ist denn hier los? 260. Die wollen ja wirklich die... 270. 271 zum Ersten. 271 zum Ersten. 271 zum Ersten. 3. 111 zum Ersten. 300. Ich glaube, da haben wir es, Leute. Zum Ersten zum Ersten zum Ersten zum Ersten zum Ersten. Alles, was ich noch habe am Budget. So. Drei, zwei, eins, go. Oh. Gehen sie hinein. Ein Crappler, Digga. Oh. Ey, das ist echt ein Secret-Ding. Guck mal, hier ist noch ein Tunnel unten. Was? Einmal bitte reingehen. Digga, was habe ich hier gekauft? Okay, das ist ja ganz... Niska! Ey, ich habe den... Ne, helf... Ich habe den krankesten Loot aller Zeiten gezogen. Ich habe den... Hier einfach ist eine Secret Base drin. Ey, ich habe euch hochgenommen. Ich habe euch Realtalk hochgenommen, Leute. Okay. Mit den Waffen, die wir jetzt gerade gekauft haben, geht es jetzt zum Fight, Leute. Best of three. Ab geht's. So, Leute. Jetzt schnappt jeder mal seinen Loot, den er sich gerade gekauft hat bei der Auktion. Wir sind hier natürlich babamäßig ausgestattet, würde ich mal behaupten. Ja, das ist halt... Ihr habt halt echt absolut Scheiße gezogen, ne? So, Leute. Ich würde sagen, es geht weiter in die zweite Runde. Und es wird jetzt gefeitet, Leute. Aha. In der Arena. Ihr habt jetzt zehn Sekunden, um euch zu verteilen. Und dann wird hier gespielt, Leute. Let's fight. Jeder hat drei Leben. Wer drei Mal gestorben ist, ist raus. Dann drei, zwei, eins. Los geht's. So, Leute. Der Fight beginnt. Jeder hat drei Leben. Digga. Finn, willst du mich verarschen? Okay, Digga. Jetzt nehme ich den hoch. Ich hätte direkt angesniped. Wo bist du, hä? Ah ja. Okay. Es ist natürlich auch ein bisschen dunkel hier. Digga, sterb doch. 135er, Alter. Was ist das denn? So. Okay, let's go. Wie die hier auf Sweat-Basis spielen. Keiner redet mehr. Auf einmal jeder hier ganz vorsichtig unterwegs. Ey. Digga, er hat mich einfach mit Tapune geholt. Okay, wir haben nur noch ein Leben, Leute. So, jetzt. Gut, gut. Okay. Dann werde ich jetzt auch mal ein bisschen vorsichtig spielen. Okay. Hochgenommen. Oh, versteckt sich, Max. Oha, oha. Ja. So. Wie viel Leben hast du noch? Ich habe noch eins. Noch eins? Ich habe noch zwei. So, Finn ist raus. Irgendwo. Gespawnrapped. Das war für die Aktion vorhin. Oh Gott. Das will. Ich muss los. Ah. Hä? Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse die AK. Ich muss nachladen. Oh. Um Gottes Willen. Ach, ey. Bruder, ganz los, ganz los, ganz los. Ich habe eigentlich voll gute Items, aber ich habe zu viele Items dabei. Deswegen tippe ich mich die ganze Zeit. So, ein Leben hast du noch, oder? Ja. Okay. Boah, die haben einfach so Müll, die ich habe. Deswegen, ich komme auf meine Items und ist nicht klar, die ich habe. Ich verdrücke mich die ganze Zeit. Oh. 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 Ich mache jetzt einen Trickshot. Das schaffst du. Wenn ich jetzt einen Trickshot mache. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mache letzten, letzten Ding mache ich Trickshot. Okay, dann loskope ich auch noch. Ach, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Oha, dann auf einmal doch wechseln. Dann auf einmal doch kein Bock mehr. Ja, also ich hatte halt wirklich, ich hatte halt wirklich kranke Items, Leute. Ich hatte halt wilder, kranke Items, die hatten die keine Chance. Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Das war wieder der Lagerhaus-Loot-Modus. Lasst mir natürlich immer ein Like und ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, checkt gerne, Jungs, unten in der Videobeschreibung aus. Dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Das war Crymax.